Wer ist eigentlich der Boss? Das ist eine ganz wichtige Frage. Um die geht es nicht nur in großen Unternehmen. Da ist es wichtig, wer hat das Sagen, wer fällt die großen Entscheidungen, wer ist der Boss? Das ist auch nicht nur die Frage in der Politik. Auch da ist es eine ganz entscheidende Frage. Wer kann seine Position durchsetzen? Wer kriegt bei den Abstimmungen die nötigen Mehrheiten? Wer ist der Boss? Auch nicht nur bei der Mafia kommt es darauf an. Es gibt ja auch Mafia-Bosse. Das wird man, wenn man sich durchsetzt mit allen Mitteln, die es gibt, auch mit roher Gewalt und brutaler Gewalt, der wird zum Boss, wer das tut bei der Mafia. Wer ist der Boss? Das ist nicht nur die Frage in großen Unternehmen oder in der Politik oder bei der Mafia. Das ist eigentlich immer und überall die Frage. Das ist schon im Kindergarten die Frage. Da klären das die Kinder irgendwie untereinander, wer der Boss ist. In der Schule, in der Klasse, da geht es darum, wer der Boss ist, wer das Sagen hat und wem die anderen folgen, wer die Macht hat. Im Sportverein, neulich haben sich beim VfB Stuttgarter Thomas Hitzlsberg und der Klaus Vogt gezofft, wer denn wirklich jetzt der Boss ist und das Sagen hat. Aber auch in kleinen Vereinen gibt es das und in kleinen Gruppen, auch in der Kirche übrigens, oft genug geht es da um diese Frage, wer ist hier eigentlich der Boss. Überall, wo mehr als eine Person ist, da ist es die Frage. Wer hat die Hosen an in der Ehe? Wer hat das Sagen in der Clique? Wer hat die Macht in unserem Land? Wer hat die Macht auf dieser Welt? Wer ist der Boss? Ich lese uns einen kleinen Abschnitt heute aus der Bibel, aus dem Epheserbrief. Da geht es um diese Frage, beziehungsweise eigentlich nicht um die Frage, sondern das hilft uns vielleicht weiter bei der Erklärung dieser Frage. Ich lese aus Epheser 1, die Verse 20b bis 23. Gott hat Christus eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wer ist der Boss? Dieser kurze Abschnitt aus dem Epheserbrief sagt das ganz klar. Und wenn man das kurz zusammenfasst, steht hier eigentlich, Jesus ist der Boss. Jesus ist der Boss. Er regiert im Himmel, er ist der Herr der Welt, an Jesus kommt keiner vorbei. So steht es hier mit schönen Worten, viel schöneren, als ich sie machen kann, umschrieben. Aber das ist die Quintessenz dieses Abschnitts. Jesus ist der Boss. Aber, liebe Freunde, kann man ja mal fragen, darf man ja auch fragen, stimmt denn das? Ist da was dran? Ist das nicht einfach irgendein abgehobenes oder wirklichkeitsfremdes Geschwätz, Geschwafel? Neulich hat mir jemand eine E-Mail geschrieben und hat mir geschrieben, also die Bibel ist ein Märchenbuch. Da werden Dinge erzählt, das kann glauben, wer es will, aber es sind Märchen. Die erzählt von Gott im Himmel und von Jesus auf dem Thron dort. Was soll denn das? Was nützt mir das hier auf der Erde? Hier sind doch die Probleme. Hier laufen die Machtkämpfe in der Schule, schon im Kindergarten, auf der Arbeit, überall eigentlich, offen manchmal und manchmal auch ganz subtil und verborgen. Hier wütet das Coronavirus an dem Menschen sterben, das unser Leben beschneidet. Hier muss ich schauen, dass ich mein Geld verdiene, meine Firma durch die Krise kriege, meine Beziehung nicht den Bach runter geht, wie ich irgendwie durchkomme. Was soll ich mit dem Jesus auf dem Thron im Himmel? Jesus ist der Boss, okay, aber was nützt mir das? Die Antwort, es hilft dir, dich nicht den falschen Zwängen zu unterwerfen. Es hilft dir, dich nicht den falschen Zwängen zu unterwerfen. Wenn du nämlich weißt, dass Jesus alle Macht hat, dann weißt du auch, dass Menschen, die nicht haben, kein Mensch, sie mögen dich beschimpfen, sie mögen dich bedrohen, sie mögen dich einschüchtern, sie mögen dich irgendwie spüren lassen, dass du weniger wert seist als sie. Die Macht haben sie nicht, die hat Jesus. Den wollten sie übrigens auch einschüchtern, Jesus, aber Jesus ist standhaft geblieben und er hat dafür mit dem Tod bezahlt, aber ist standhaft geblieben bis zum Schluss. Wenn du weißt, dass Jesus alle Macht hat, dann weißt du auch, ein Virus oder eine Krankheit hat sie nicht. Sie mag dein Leben einschränken, sie mag dir Schmerzen bereiten, sie mag zum Tod führen und ganz schlimm sein, die Macht hat sie letztlich nicht, die hat Jesus. Der ist auch gestorben, hat gelitten, schwer wurde misshandelt, aber er ist auferstanden vom Tod und wird auch dich auferwecken. Das ist das, was wir an Ostern feiern und worum es geht, aber auch an Himmelfahrt, dass Jesus uns auferweckt, dass er stärker ist als der Tod. Wenn du weißt, dass Jesus der Boss ist, der dich und der die ganze Welt in seiner Hand hat, dann kannst du allen anderen, die sich als Boss aufspielen, mit Mut und mit Rückgrat begegnen. Das heißt nicht, dass dann alles egal ist oder kein Problem, aber dass es Kraft gibt und dieses Wissen zu wissen, Jesus hat alles in der Hand, auch mein Leben, das kann Mut und Rückgrat geben. Gustav Heinemann, Bundespräsident in Deutschland, hat, bevor er Bundespräsident war, im Dritten Reich war er auf Seiten der bekennten Kirche auch im Kirchenkampf engagiert, kein Theologe, sondern ein Jurist, trotzdem mit dabei, der wusste, was das heißt, einem Staat und einem Herrscher zu widerstehen, sich zu widersetzen, der sich als Herrscher der Welt aufführt. Und Heinemann hat 1950, da war der erste evangelische Kirchentag nach dem Zweiten Weltkrieg, bei der großen Schlusskundgebung den Teilnehmern am Ende zugerufen, ich zitiere das, Heinemann hat gesagt, Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Sagt Gustav Heinemann, am Ende ist Jesus der Boss. Und heute ist die Frage, ist er dein Boss auch? Darf er dein Boss sein? Darf er der sein, der für dich da ist? Der sein, der über dein Leben auch bestimmt, den du fragst, auf den du hörst, dem du vertraust, auch in schwierigen Situationen? Dass Jesus der Boss ist, das kann man leicht sagen, das kann man in der Bibel nachlesen, das kann man schnell sagen, aber konkret wird es und Auswirkungen hat es dann, wenn er mein Boss ist und ich mein Leben und mein Handeln an ihm orientiere und mich ganz auf ihn verlasse und ihn auch bestimmen lasse, frage, was ich tun soll und was richtig ist und nicht. Und das ist übrigens Glauben. Glauben heißt, ich verlasse mich ganz auf Jesus. Die Frage ist, bin ich dazu bereit? Bist du dazu bereit? Leonie und Lea, seid ihr dazu bereit? Bei der Taufe heute, da bringt ihr das ja zum Ausdruck, dass ihr euer Leben Jesus anvertraut, dass ihr mit Gott, mit Jesus lebt und ihn auch den Herrn in eurem Leben sein lassen wollt, dass er euer Boss sein soll, sozusagen. Ich bin als Kind in die Jungschar gegangen, in meiner Heimat. Jede Woche war da Jungschar-Stunde. Wir waren oft auf Freizeiten, auf Zeltlagern. War eine tolle Zeit, wenn ich mich im Nachhinein daran erinnere, erinnere ich mich auch gern daran zurück. Da war viel Spaß und viel los, aber es ging nicht nur um Spaß und Action, sondern wir haben da auch die Geschichten gehört, aus der Bibel Lieder gesungen und gehört, was Jesus sagt und wer Jesus ist. Und wir haben den Leitsatz der Jungscharin gelernt und da geht es genau darum, dass Jesus mein Boss sein will. Das ist ein Leitsatz, den ich ganz gut finde, der das ganz gut zusammenfasst, worum es eigentlich geht, wenn wir an Jesus glauben und mit ihm leben. Da heißt es im Leitsatz der Jungscharin, der CVD Ems, Deutschlands und auch des Jugendwerks bei uns in Württemberg, Jesus Christus will der Herr meines Lebens sein. Er liebt mich, auch wenn ich Fehler mache. Auf sein Wort will ich hören, ich vertraue darauf, dass Jesus mir hilft, treu und ehrlich, fröhlich und zuverlässig, kameradschaftlich und hilfsbereit zu sein. Für mein Leben soll gelten, mit Jesus Christus mutig voran. Und das wünschen wir euch beiden, heute ganz besonders, Leonie und Lea, dass ihr das sagen könnt und dass das für euch gilt. Das wünsche ich auch uns allen, dass wir das sagen können und so mit Jesus unterwegs sein können, mit Jesus mutig vorangehen, weil er der Boss ist. Amen.